Wer trägt eigentlich die Schuld an, dem was geschah? Du kannst es momentan, ich dachte, du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich. Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre. Die vergehen wie im Flug. Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne. Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns. Du glaubst, es ist eine Liebesaffäre? Eine Beziehung? Was? Kleine, klebrige Goldstimme? Und meine Haare in deinem Tagebuch? Wo hast du die Opier? Mit dem geiler Scheißspiel und zeratmen Zett aus dem Waldezimmer mit so auf der Normale? Weißt du nicht, dass man andere Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Wir sind keine Kumpels. Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Baitchen ist nass geworden. Ah. Danke, Sir. Und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Daεις. Böcken. Untertitelung des ZDF, 2020